Polkadot-Eskalation, weshalb jetzt eine Kursverdopplung in den nächsten Tagen extrem wahrscheinlich ist, das klären wir hier in diesem Video und damit servus und herzlich willkommen zum heutigen Polkadot-Spezial-Update-Video hier von Trading on Air. Ja, wenn dir der Content gefällt, kannst du mir dir jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenlos abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen und den YouTuber kurz pushen. Würde uns auf jeden Fall auch mega freuen und supporten. Weil ich es gerade in der Telegram-Gruppe gelesen habe, knallt unbedingt den Like-Button, lasst die Kommentare glühen, damit dieses Video so gut es geht oder die Videos so gut es geht in den Algo kommen, so viele Menschen wie möglich erreichen, denn in dieser brisanten Phase wäre alles andere als nur fahrlässig. Denn bei 7.000 Abonnenten, da stehen wir auch kurz davor, wird es wieder ein Altcoins-Special geben, wo wir eure Altcoins hier alle gesammelt in einem Video analysieren und ich denke, in dieser brisanten Phase gibt es nichts, was wirklich besser ist, wie genau so ein Video dann in so einer brisanten Phase. Deswegen knallt den Like-Button, knallt die Kommentare hoch und knallt die Abos auf die 7.000er-Marke, dann wird es, denke ich, bin ich mir ziemlich sicher, nächste Woche hier dieses Update, dieses Special-Update auf diesem Kanal hier geben und auch, obwohl die nächste Woche bei uns extrem, extrem stressig wird, ich glaube, das ist die stressigste Woche unseres Lebens und dann noch gepaart mit der bullischen Phase hier im Kryptomarkt, wo wir euch bestmöglich versorgen werden mit Single-Uploads, Double-Uploads und Altcoins-Special. Das heißt, wir geben wirklich mehr als 110% mittlerweile, um euch in dieser brisanten Phase hier wirklich bestmöglich versorgen zu können und damit genug drumrum gelabert, vielleicht noch eins vorneweg, natürlich die wichtigen Links wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, sei es die kostenlose Telegram-Signalgruppe oder auch Budget, wo ihr lebensinnig maximalen Rabatt hier von 20% auf eure Gebühren sichern könnt. Und jetzt genug gelabert, gehen wir hier direkt rein, Polkadot übergeordnet zwei Szenarien, die hier möglich sind für uns auf den kleineren Timeframe. Erstmal irrelevant, das ganz, ganz klar da schon mal dazu gesagt, denn übergeordnet gibt es einmal die Möglichkeit, hier von einem Impuls nach oben, eine Flat-APC-Korrektur nach unten und dann ist das aktuelle 1, 2, 3, 4, 5 nach oben, Richtung 122 US-Dollar. Was hier nur unwahrscheinlich ist, diese zwei sehr, sehr stark retraced, die zwei hier drinnen mit einer Truncation, bedeutet wir haben hier jetzt kein 98% Retracement, ja regeltechnisch konform, nur statistisch gesehen eher unwahrscheinlich. Und demnach wahrscheinlicher, dass es sich hier eben um eine B-Welle handelt und deswegen müssen wir das hier einfach berücksichtigen, dass das Ganze ja auch ABC dreiteilig nach oben sein kann, ABC dreiteilig nach unten, ABC dreiteilig nach oben, und dass wir dann einfach in lauter so Dreierbewegungen hier bei Polkadot einfach weiterlaufen werden. So, die treuen Zuschauer unter euch werden es wahrscheinlich jetzt schon mitbekommen haben oder bemerkt haben, hey, pass mal auf, die Jungs erwarten hier eine Welle C nach oben in diesem Szenario und in diesem Szenario erwarten sie eine Welle 3 nach oben. Was hat eine Welle C, was hat eine Welle 3, was haben die gemeinsam? Genau, richtig, standardgemäß ist das ein Impuls in sich. Bedeutet, seit diesem Tief hier, seit diesem Tief vom 3. November 2024 erwarten wir einen fünfteiligen Impuls nach oben. Und je nachdem, wie diese interne Struktur dieses Impuls aussehen wird, das heißt, durchstoßen wir vielleicht sogar diese Box und kommen hier in ein neues Alltime High oder, ja, bekommen wir hier schon Schwächezeichen in der 15 bis 20 Dollar Region, danach können wir es festmachen, welches Szenario einfach wahrscheinlicher wird und wann wir unsere Coins einmal abstoßen werden. Das Einzige, was wir sagen können, wir erwarten seit diesem Zeitpunkt hier einen ganz, ganz klaren Impuls nach oben und ich denke, das hat aktuell schon sehr, sehr impulsive Züge. Gut, gehen wir hier auf den 4-Stunden-Timeframe einmal runter, sehen wir, wie wir das Ganze hier einmal unterteilt haben in einer WXY mit einer A, B, C, 1, 2, 3, 4, Ending-Diagonal mit einer Drunkation in der 5, was zur Folge hat ein Ending-Diagonal mit einer Drunkation, dass wir hier sehr, sehr impulsiv wegdrehen werden. Und genau das sehen wir aktuell, extrem impulsiver Anstieg, wir können uns einmal das Ganze hier einmal bemessen, sehen wir 60% hier in einer Welle 1, hier einmal schon dargelegt und jetzt startet die Welle 3, die Welle 3 ist am Laufen und die wird mehrere 100% hier nach oben einmal, ja, sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese mehrere 100% nach oben einmal machen wird. Gehen wir gleich in die interne Struktur darauf ein. Dazu sei gesagt, jetzt sind auch hier, sage ich mal, die letzten Spotkäufe, die zugegebenermaßen bei Polkarot schlecht gelaufen sind. Bei Polkarot sind diese schlecht gelaufen, bei Solana sind diese Bombe gelaufen, bei Bitcoin sind diese Bombe gelaufen, bei Cardano die Käufe stehen mit mehreren 100% im Plus. Das heißt, ja, jetzt auch gerne mal an die Hater, sage ich mal, unter den ganzen Polkarot-Videos, wäre Zeit, sich vielleicht zu entschuldigen. Ne, Spaß, alles gut. Nichtsdestotrotz, vielleicht da auch mal ein bisschen Demut agieren und vielleicht auch, ja, nicht immer nur bei schlechten und bei negativen Calls rauskommen, sondern auch mal bei positiven Calls. Nichtsdestotrotz brauchen wir uns da nicht rechtfertigen. Unser Portfolio gibt uns recht und alleine, sage ich mal, ein, zwei vereinzelte Positionen reißen da die gesamte Performance schon mal mit nach oben. Gut, jetzt gehen wir hier genau rein in die Analyse, denn dafür sind wir hier da auf einem kleineren Timeframe. 1, 2, 1, 2, aktuell in dieser Welle 3, dann noch eine 4, 5 Richtung aktuell, Primärziel 14,37 Dollar und dann im Anschluss noch eine Welle 4 zu warten und dann mit einer Welle 5, ja, aktuell in dem Bereich ca. 20 US-Dollar, 25 US-Dollar in diesem Bereich hier ca. einmal vorzudringen. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, waren wir im letzten Video hier in dieser Phase und hatten hier einen Long Trade hier einmal platziert gehabt, der in dieser Phase noch gegriffen hat. Und apropos Long Trades, sollten wir hier nochmals, und das können wir uns sehr, sehr gut vorstellen, dass wir bei Polkadot hier, wir werden zwischen Korrekturen bekommen, dass wir hier in den fahrenden Zug nochmal mit aufspringen werden mit einem Long Trade, denn jetzt sind die Wahrscheinlichkeiten wieder für neue Long Trades auf unserer Seite. Dann werden wir euch das selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe hier einmal mitteilen. Das heißt, ja, wenn du einfach rund um Polkadot, rund um den gesamten Kryptosektor hier, keine Updates hier verpassen möchtest, beziehungsweise hier, ja, solche Signale wie beispielsweise bei Polkadot, der leider sehr, sehr unglücklich auf Stop-Loss, auf Break-Even wieder ausgestoppt worden ist. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung, vollkommene Transparenz. Das sind unsere Trades, wie wir Trades, das heißt, ihr könnt das machen, müsst es nicht. Das heißt, keine finanzielle Anlageberatung hier an dieser Stelle. Wir Trades ganz hier auf Budget, das heißt, wenn du dir lebenslängig maximalen Rabatt hier von 20% auf deine Gebühren sichern möchtest, würde es sich anbieten mit einem Link unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, alles ein Kann, kein Muss. Auch hier bekommst du aktuell bei unserem Link schon 20 Euro hier bei der Einzahlung oder bei der Registration geschenkt und dann bei der Einzahlung hier bis zu 5.000 US-Dollar hier an Cashback. Hier nochmal die Erklärung zu beiden Events in der Telegram-Signalgruppe hier einmal angepinnt. Auch die Talk- und News-Gruppe für den Austausch mit uns hier einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit würde ich sagen, gehen wir hier direkt weiter ins Kursgeschehen rein, denn es ist aktuell extrem, extrem spannend, wenn wir hier auf dem 15-Minuten-Timefilm runtergehen. Sehen wir genau das, was wir besprochen haben im letzten Video. 1-Flat-2, definitiv hier möglich. Wir sollten nur dieses Tief hier nicht mehr rausnehmen, denn ja, vor allem nach diesem Anstieg, diese Welle 2, die ist einfach sehr, sehr lang. Das heißt, wenn wir uns diese hier einmal bemessen, sehen wir, diese Welle 2 ist jetzt 2 Tage, 21 Stunden. Wenn wir uns diese übergeordnete Welle 2 hier einmal bemessen, sehen wir, die ist hier ca. 21 Stunden lang. Bedeutet, wir haben hier eine untergeordnete Welle 2, die dreimal so lang ist wie die übergeordnete Welle 2. Was es für uns einfach aus Statistiken her unwahrscheinlicher gemacht hat, hier in diesem Long-Trade weiter drin zu bleiben. Der übrigens war, hier war der Entry einmal perfekt und Stop-Loss war, meine ich, entweder hier unter dieser Box oder unter 0786 auf Fibonacci-Level. Dieser Trade war wirklich, ich glaube, der war sogar unter der kompletten Box. Nichtsdestotrotz, Entry war perfekt und wir haben dann gesagt, aufgrund der zeitlichen Komponente wollen wir hier, obwohl wir weiterhin ein sehr, sehr bullisches Feeling hatten, wollen wir hier nicht in einem Long-Trade drinnen sein, denn Emotionen haben am Chart beim Trading nichts zu suchen und wenn es uns hier ausstoppt, dann ist es so, wir haben die dreifache Länge hier unserer Welle 2 dann abgebildet und da wollen wir nicht mit unserem Geld drauf setzen. Wenn das Ganze nach oben eskaliert, freut sich unsere Spot-Position hier definitiv. Nichtsdestotrotz war es uns einfach aus Chancen-Risikoverhältnissen und aus Statistikengründen hier einfach nicht wert, hier in irgendwelche Long-Trades hier weiter drin verfahren zu bleiben. Und was wir hier sehen, wir sehen hier wirklich multiple 1-2s, gerade 1-2, 1-2, 1-2 und das aktuelle 1-2-3-4-5 hier nach oben, bedeutet, wir haben hier noch zahlreiche Wellen, welche in dieser Welle 2 hier einmal ausstehen. Bedeutet, auf was können wir uns jetzt fokussieren? Wir können uns jetzt hier ganz, ganz stark auf Wellen 4 Retracement-Bereiche fokussieren. Nein, wir fokussieren uns jetzt nicht auf Widerstände, nein, wir sprechen nicht auf Widerstände in der potenziellen Welle 3. Der Welle 3, der Welle 3, könnt ihr euch gerne durchs Knie in den Kopf schießen, macht wahrscheinlich mehr Sinn, wie gesagt, keine finanzielle Anlageberatung hier an dieser Stelle, nur die Erfahrung, die es uns widerspiegelt, wie wir uns hier eben in dieser Situation hier einmal verhalten. Bedeutet, hier multiple 1-2s und aktuell würde eben der Welle 4 ausstehen hier zu diesem ganzen Szenario. Bedeutet, wir fokussieren uns hier aktuell, wenn wir uns hier dieses Fibonacci-Tool hier einmal anlegen. Ganz, ganz stark aufs 0, 2, 3, 6er Fibonacci-Level, das heißt aktuell bei den 7,19 Dollar. Klar, wenn wir hier jetzt einfach weiter pushen, dann zieht es dieses Fibonacci mit nach oben. Das aktuell, das Fibonacci, welches die höchste Signifikanz hat, eben hier Support für Polkarot einmal zu bieten. Und dann, ja klar, wir können uns jetzt hier irgendwelche Targets reinladen für dieses 1-2-Setup. Nichtsdestotrotz, wir können es gerne mal veranschaulichen, was dabei rauskommt und wieso das Ganze hier irrelevant ist. Wir sehen es, 2, 618er schon komplett durch. Wie gesagt, wir sind in der Welle 3, der Welle 3, der Welle 3. Die ist extrem impulsiv. Wir können uns jetzt gerne hier irgendwie, ja, neue Fibonaccis hier anschalten. Wir können uns das 3, 618er anschalten. Auch da werden wir sehr wahrscheinlich durchschießen. Wir können uns hier das 4, 618er anschalten. Könnte interessant werden hier im Bereich der 10 Dollar für eine längere Welle 2, die auch dann hier 2, 3 Tage über ein Wochenende, dann sehr wahrscheinlich vielleicht über nächstes Wochenende, dann hier im Chart einmal verweilen wird. Nichtsdestotrotz, ihr seht es, es wird schon langsam unglaubwürdig und unsignifikant hier dann, ja, auf das 4, 618er zu spekulieren und wieso nicht auf das 5, 618er zu spekulieren. Weshalb wir uns strukturell einmal hier, wie gesagt, darauf fokussieren, bis hier, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, das Ganze hier sich einmal ausgespielt hat und wir dann eben strukturell davon ausgehen können, dass das Ganze erschöpft ist und wir hier, ja, eine Bestätigung bekommen von einer längeren Seitwärtsphase, die hier 2, 3 Tage dauert, um diese Welle 4 einmal abzubilden und ja, auch diese werden wir sehr wahrscheinlich dann Long-Trade-technisch wieder bespielen, werden wir selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden halten, wenn es da irgendwas gibt und wie gesagt, wenn du, ja, das Verlangen danach hast, mehrere Alkwanzler analysiert zu bekommen, knall den Support-Button oder den Like-Button, knall die Kommentare, unterstütz diesen Kanal, dieses Video, dass es dann so viele Menschen wie möglich rausgetragen wird, denn das hilft dem Algorithmus, hilft dem Kanalwachstum und demnach bei 7.000 Abonnenten gibt es ein Alcoin-Spezial-Update für euch, wo wir 8 Euro Wunsch-Alcoins gesammelt in einem Video hier, ja, analysieren werden und in der Vergangenheit war es sogar oft so, dass wir zwei dieser Videos hier dann für euch produziert haben, weil diese einfach extrem, extrem gut immer bei euch ankommen. Gut, das heißt zusammengefasst, Polkerot, der Fahrplan, sollte klar sein, wir gehen weiterhin von sehr, sehr bullischem Momentum hier bis mindestens 14,37 Dollar aus, Support-Bereich aktuell primär, wenn wir hier uns das Ganze von diesem Tief hier nachziehen, dieses Fibonacci, aktuell 0,236er Fibonacci-Level, aktuell hier sogar sehr, sehr schöner Support-Bereich, gut möglich, dass hier vielleicht sogar ein Long-Signal einmal kommt übers Wochenende, wie gesagt, werden wir hier in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe dann definitiv auf dem Laufenden halten, nichtsdestotrotz, das Ganze kann hier selbstverständlich gerne weiter hier nach oben steigen, wenn so ein Rücksetzer kommt aufs 0,236er, ist das Ganze hier für uns definitiv extrem wahrscheinlich hier ein Long-Signal. Gut, und damit soll es das Ganze zu Polkerot gewesen sein, wir bedanken uns schon mal über jegliche Form von Support, wir sehen uns später gleich im Double-Upload zu Cardano-Video und damit, oder eben, ja, sagen wir später auf Telegram, und damit soll es das Ganze schon gewesen sein, wir bedanken uns, wie gesagt, über jegliche Form von Support und damit Trading und erst raus, macht's gut, ciao, ciao. Outro